Du und ich, wir könnten, wir könnten wandern, die Sonne im Gesicht, auf Feldern alles sehen, was von uns bleibt, wenn wir tot sind. Wir könnten ans Meer treten und in die Wellen schreien, ins Haar uns flüstern, was uns fehlt. Du und ich, wir könnten, wir könnten die Menschen lieben. Wir könnten die Menschen lieben. Wir sind hier auf der Gotica 2010 auf der dritten Messe. Hinter mir natürlich der Laufstück zu sehen, wo gleich noch einige tolle Shows laufen. Super tolle Shows bisher gewesen und es hat bisher sehr viel Spaß gemacht. Es waren viele Leute da und haben richtig Spaß, bei uns dabei zu sein. Als Partner hatten wir dabei die GIP, die Gotica Dassel Party und Bands, Leute, alle gut drauf. Und wir denken, das wird heute auch der Fall sein. Ganz besonders möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass wir hier 2011 auf der RPC sind, auf der Messe Köln mit einer Messehalle, mit einem richtig fetten Stand. Da laden wir euch natürlich jetzt schon zu ein, mit dazu zu kommen. Ja, und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß bei dem, was ihr heute sehen werdet, im Trailer. Und ja, wir freuen uns auf nächstes Jahr auf euch. Und ja, wir freuen uns auf euch. Und ja, wir freuen uns auf euch.